Hallo liebe Satking-Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch die Maxitec E40 Fernbedienung vor. Wir zeigen, was alles hier drin steckt und wie diese Fernbedienung funktioniert in einem kleinen Praxistest. Das hier, das ist eine Kombination aus einer kabellosen Tastatur mit Maus und natürlich mit normaler Fernbedienung. Funktioniert mit jeder Android-Box, aber auch mit Tablet, Smart-TVs oder dem PC. Und dient damit als Ersatz für herkömmliche USB-Tastaturen oder Mäuse. Mit dem Unterschied, dass wir hier alles in einem Gerät haben und das Ganze komplett kabellos. Die Maxitec E40 ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt wollen wir uns das Gerät aber anschauen. Dazu werfen wir erstmal einen Blick auf die Verpackung. Die ist relativ schlicht gehalten. Wir haben vorne hier einmal die Tastatur abgebildet, auf der Rückseite nochmal die andere Seite der Tastatur. und entsprechend die ganzen Geräte, mit denen wir diese Tastatur benutzen können. Hier steht es auch nochmal, kompatibel mit allen Geräten. Ansonsten hier nochmal die ganzen technischen Details und die Info, dass es eine kabellose Tastatur-Maus-Kombination ist. So, jetzt wollen wir das gute Stück aber auspacken und schauen mal, was denn da schönes drin ist. So, wir fangen dazu erstmal mit dem Zubehörn. Das ist einmal hier ein USB-Kabel, das mitgeliefert ist. Dann haben wir hier eine kleine Kurzanleitung, auf der auch nochmal die Tastatur abgebildet ist. Die ganzen technischen Daten, Infos, wie man das Gerät zum Beispiel koppelt. Und hier auch nochmal einige Features mit aufgeführt. So, jetzt aber zu der Tastatur an sich. Die holen wir auch einmal hier raus und wir sehen schon, hier verbirgt sich unter anderem noch der USB-Dongue, mit dem wir dann entsprechend die Fernbedienung mit unserem Gerät verbinden können. Also dieses kleine Teil, das stecken wir einfach dann in unseren PC oder Receiver und können so dann die Fernbedienung damit verbinden. Hier auch einmal noch die Schutzfolie entfernen. Und da ist das gute Stück. So sieht die Maxitec E40 aus. Wir haben zwei Seiten und wir schauen uns erstmal hier die Vorderseite an, die entsprechend als Fernbedienung dient. Wir sehen nämlich hier die wichtigsten Knöpfe, die wir auch auf einer Fernbedienung sonst haben. Ja, wir haben hier den Leiser-Knopf, Lauter-Knopf, die On-Off-Taste. Wir können hier entsprechend rumwählen, nach oben, unten, links, rechts auf den OK-Button draufdrücken. Wir haben eine Zurück-Taste bzw. Home-Taste. Wir haben den Mauszeiger, ganz wichtig. Indem wir den gedrückt halten, können wir dann entsprechend die Fernbedienung als Maus benutzen. Und wir haben rechts noch das Menü. Und das Schöne ist, dass diese Maxitec E40 besonders gut verarbeitet ist. Ja, durch diesen Glanzlack wirkt das Ganze wirklich sehr hochwertig. So, kommen wir jetzt aber zu der Rückseite. Das Interessante, hier verbirgt sich nämlich eine vollständige Tastatur. Wir haben in diesem Gerät also alles in einem. Wir haben eine Fernbedienung und gleichzeitig eine vollständige Tastatur, wie wir sie auch vom Computer kennen. Wir sehen, in unserem Fall ist es hier eine QWERTY-Tastatur. Das ist aber gar nicht schlimm, weil mit zehn Fingern kann man hier sowieso nicht drauf tippen. Das Set verbirgt sich also hier unten links. Ansonsten ist hier alles drauf, was wir zum Tippen benötigen. Wir haben die Shift-Taste, die wir gedrückt halten können, um dann einen großen Buchstaben zu machen. Wir haben unsere Funktionstasten, die Fn-Taste, die wir auch zum Beispiel vom Laptop kennen. In Kombination mit den F-Tasten können wir dann nochmal spezielle Einzelfunktionen benutzen, die dann im Laptop eingerichtet sind. Wir haben unsere Leertaste, wir haben eine Enter-Taste und wir haben sogar komplett noch die Zahlen von 1 bis 0, alle oben aufgelistet, die das Ganze dann natürlich deutlich vereinfachen, hiermit zu tippen. In meinem Fall mit relativ großen Fingern ist das auch überhaupt kein Problem, hier die einzelnen Tasten zu drücken. Die haben einen guten Druckpunkt und es geht natürlich deutlich leichter, als wenn man sich mit der Fernbedienung erstmal entsprechend durch das Menü klicken muss, um dann auf den entsprechenden Buchstaben zu kommen. Also, wer zum Beispiel auf seinem Receiver Android benutzt und dort viel mit der Suche arbeitet, auch im Internet surft, für den ist so eine Fernbedienung wirklich super geeignet, weil man natürlich deutlich schneller entsprechende Suchbegriffe eingeben kann. Oder zum Beispiel seinen Account, Login, Namen hiermit auch deutlich schneller eingeben kann, als wenn man sich erstmal durch das Menü durchklickt. Ansonsten befindet sich hier an der Maxitec E40 noch der USB-Anschluss, über den wir die Fernbedienung ganz einfach laden können, wie jedes Handy auch. Die Fernbedienung kommt außerdem auf eine Reichweite von bis zu 10 Meter. Jetzt aber genug zu den Details, jetzt kommen wir zum Praxistest. So, wir haben hier also jetzt unsere Maxitec Multibox 4K, auf der bereits Android drauf ist. Wie man Android auf der Box installiert, das haben wir vor kurzem ausführlich erklärt. Das Video dazu findest du nochmal oben in der Infocard. Um jetzt unsere Maxitec Multibox mit der Tastatur zu koppeln, benötigen wir unseren USB-Dongle und der wird einfach entsprechend an der Seite in den freien USB-Port hineingesteckt. So, anschließend müssen wir auf der Fernbedienung die OK-Taste und die Return-Taste gleichzeitig für zwei Sekunden gedrückt halten. Und wir sehen auch schon, auf dem Bildschirm ist jetzt die Maus aufgetaucht. Das heißt, unsere Fernbedienung ist jetzt erfolgreich mit unserem Gerät gekoppelt. Und wir können jetzt ganz einfach hier durch unser Menü durchnavigieren und einzelne Apps auch mit der OK-Taste einfach auswählen. Wir gehen jetzt einfach mal auf Chrome auf unserem Browser. Und wenn wir jetzt hier etwas eingehen möchten, drücken wir einfach drauf und drehen unsere Tastatur um und können jetzt entsprechend einen Suchbegriff eingehen. Wir suchen jetzt einfach mal nach Sat King und bestätigen entsprechend mit Enter. Und das erspart natürlich unglaublich viel Zeit, weil wenn wir jetzt bei die normale Suche gehen und die einzelnen Buchstaben auswählen müssen, dann dauert das einfach sehr lange. Eine solche Fernbedienung ist also wirklich ein nützliches Gadget und wirklich fast ein Must-Have, was man auf jeden Fall haben sollte, wenn man auch eine Box mit Android betreibt, weil durch die Tastatur man einfach enorm viel Zeit spart. Wenn du dir die Maxitec E40 nochmal in Ruhe anschauen möchtest, dann schau einfach unten in der Videobeschreibung vorbei. Da ist das Gerät nochmal verlinkt. Ansonsten denk da dran, unseren Sat King YouTube-Kanal zu abonnieren. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Schau dir die anderen Videos an und dann bedanken wir uns und wünschen noch einen königlichen Tag. Bis dahin und ciao.